Willkommen bei Cookie Nesi! Heute gibt es einen Traum aus Schokolade und ich bin sicher, die waren hier schon im Restaurant oder bei Freunden und haben gesehen, wie man so ein wunderbares Kühlchen aneinander schnitt. Und dann fliesst die Schokolade so aus und genau das gibt es heute. Wir machen zusammen ein Lavakühlchen mit Glas dazu und eine hübsche, ganz einfache Schokoladeko. Und wir führen an mit den Zutaten. Diese Mengenangaben liegen etwa für vier bis sechs Portionen. Natürlich je nachdem wie gross das Pförmchen ist und wie viel man reinfüllt. Zu den Lavakühlchen passen wunderbar entweder Grün-Tee-Glasen oder am allerliebsten haben wir Wani-Glasen. Dann brauchen wir vier Eier, von zweien brauchen wir das ganze Ei und von zweien nur das Eingell. Dann 80 Gramm Zucker, 90 Gramm schwarze Schokolade, 100 Gramm gewürfelte Butter und 80 Gramm Mehl. Zum Starten schlagen wir die Eier und Zucker in eine Schüssel Schaum bis sich der Zucker aufgelöst hat. Achtung, machen Sie nicht so wie bei uns, sonst ist nämlich die Hälfte vom Zucker neben der Schüssel gelandet. In dieser Zeit können wir die Schokolade in einem Wasserbad langsam schmelzen. Die geschmutzene Schokolade haben wir jetzt in eine Schelle. Hier geben wir Butterwürfel dazu und unterrühren sich die Butterwürfel in der warmen Schokolade auf. Die Masse sollte nicht mal zu heiss sein, wenn wir sie in das Eiergemisch tun und vorsichtig drunter rühren. Zum Schluss tun wir nur noch ein Mal sieben und eben fast ganz vorsichtig drunter ziehen. Wir haben Metallförmchen genommen, die wir jetzt mit Butter einfetten, zur Hälfte oder zu zwei Drittel füllen und über Nacht, also mindestens 12 Stunden, in die Tiefkühl darin stellen. Kurz vor dem Servieren, den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen, die Förmchen aufschieben und etwa 13 Minuten backen. Wer Angst hat, dass sich die Küche schlecht aus der Form lösen werden, dann kann man einfach als Tipp ein bisschen Backpapier nehmen, Streifen schneiden, diese über Kreuze ins Förmchen legen und nach dem Backen kann man dann einfach an diesen Streifen ziehen und dann löst sich das Küche wunderbar. Hier noch ein kleiner Tipp, während das Küche im Backofen sind, könnt ihr ganz einfach und schnell noch eine schöne Schokoladeko machen. Dazu braucht ihr eigentlich nur einen Spritzsack mit einer ganz feinen Lochspritztruhe. Falls ihr keine Hände habt, könnt ihr sie auch einfach selber falten. Wenn ihr auf den Link klickt, dann zeigen wir euch, wie es geht. Hier braucht man auch einfach geschmolzene schwarze Schokolade dazu, können die Schokolade in die Hülle reinfüllen, oben zu falten, damit nichts rausläuft. Und jetzt kann man auf einem Backpapier einfach die Formen zeichnen, die man möchte. Wenn die Formen fertig sind, kühlen wir die Schokolade, damit die Schokolade schön fest wird und erst vor dem Dekorieren aus der Kühle rausnehmen. Wenn die Küche gebacken sind, dann geht es einem an anrichten. Und wenn man jetzt den Löffelskühle taucht, dann sieht es doch einfach aus in einem Traum. Und es schmeckt auch so. Also sagt nicht, ihr habt noch nicht gewarnt, die Kyberschoky-Kirchen machen süchtig. Das Zweite, das werde ich jetzt gleich verdrücken. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und wenn ihr das Ganze einmal möchtet noch ein Backpapier, findet ihr hier unten noch einmal alle Infos dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und uns ein Like gebt. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. So, bis zum nächsten Mal. Et jetzt beim nächsten Mal. und Bis zum nächsten Mal.